Das ist keines meiner typischen Videos. In diesem Video geht es um die Beantwortung einer Frage, die ein Anwender des Sigillenkraftklang-Akanums gestellt hat. Wenn dich das interessiert, du bist herzlich eingeladen, dir natürlich dieses Video anzuschauen und die Antwort auf die Frage zu erfahren. Wenn du aber gar nicht weißt, worum es hier geht und was ein Sigillenkraftklang-Akanum ist, dann schau dir vielleicht unten einfach den Link an. Da habe ich dir eine entsprechende Infoseite verlinkt. Und jetzt fangen wir an, die Frage anzuschauen, die ein Anwender gestellt hat. Ich habe mir vorgenommen, für jede gestellte Frage ein eigenes Video aufzunehmen. Heute aber gibt es zwei Fragen, die aber so ähnlich sind, dass ich sie gemeinsam zusammenfassen will. Und wir fangen mit der ersten Frage an. Ich lese es dir anonym vor. Guten Abend, Alexander. Bezüglich Kraftklang-Sigille-Duo eine Frage. Kann ich die beiden Sigillen gleichzeitig tragen oder sollte ich besser in meinem Fall die Existenz-Sigille zuerst 90 Tage bei mir haben und damit intensiv arbeiten und dann erst mit der Schutz-Sigille anfangen? Oder geht das auch gleichzeitig? Sprich, kann ich beide Sigillen bei mir tragen und dabei beide Kraftklänge rezitieren? Ja, er hat auch eine weitere kurze Nachfrage. Da gucken wir uns auch gleich an. Das ist die Antwort. Diese 90 Tage, die empfohlen werden, mit dem Kraftklang, mit der Sigille, mit dem Arcanum zu arbeiten, die beziehen sich auf die vollständige Themenbearbeitung, die damit verbunden ist. Also in 90 Tagen sollte tatsächlich in dem jeweiligen Themenbereich ein transformativer Prozess in Bewegung geraten können. Wenn du die entsprechende Sigille bzw. das entsprechende Arcanum aber verwenden möchtest in einer spezifischen Situation, in der du sozusagen eine energetische Unterstützung brauchst, dann kannst du sehr schön und sehr schnell auch auf das jeweilige Spezialthema zugreifen. Also hier haben wir es ja in dem Fall mit einem Thema zu tun, das hat er ja mitgeteilt, das ist das Arcanum der Existenz und andererseits das Arcanum des Schutzes. Und dieses Arcanum des Schutzes brauche ich möglicherweise nur in bestimmten Situationen, wogegen ich das Arcanum der Existenz vermutlich doch durchgängig in meinem Leben in einen transformativen Prozess mit einbinden will. Das Arcanum der Existenz, das hat einen sehr starken Bezug auch zum Wurzelschakra, das hat sehr starken Bezug auch zu unserer Lebensenergie. Und diese 90 Tage, das wäre ideal, um wirklich dieses Thema sehr stark in Bewegung zu bringen. Ich will das mal ganz neutral ausdrücken. Und trotzdem kannst du natürlich in dieser Zeit sehr wohl auch mit dem Arcanum des Schutzes arbeiten, wenn sich beispielsweise eine bestimmte Situation ergibt, in der du eben genau diese Energien und Kräfte benötigst. Jetzt will ich dir aber doch noch etwas Konkretes im Detail empfehlen, denn diese 90 Tage, das ist ein gutes Ziel, aber keine Notwendigkeit, die du durchhalten musst, bevor du mit einem anderen Thema arbeiten kannst. Allerdings empfehle ich dir rund neun Tage am Stück mit einem Arcanum zu arbeiten und in dieser Zeit auch darauf zu verzichten, das andere Arcanum auch einzusetzen. Und das hat etwas damit zu tun, dass du selber am Anfang ganz neu mit diesen Energien und Kräften umgehst. Und da spürst du möglicherweise sofort etwas, aber vielleicht auch erst nach drei, vier, fünf Tagen. Und auch dann kannst du erst diese Energie einschätzen und sagen, ah, jetzt spüre ich, wie sich diese Kraft und wie sich diese Energie anfühlt. Und das ist im Grunde genommen auch die Grundlage, die benötigt wird, damit du auch in Interaktion treten kannst mit dieser Energie, mit dieser Kraft. Man muss sich ja ein bisschen kennenlernen, um das mal hier in dieser Formulierung vielleicht verständlich zu machen. Ja, und diese neun Tage, das ist eine gute Grundlage. Und in dieser Zeit würde ich mich wirklich auf eine Energie konzentrieren. Falls es natürlich notwendig ist, dass du innerhalb dieser neun Tage tatsächlich mit der anderen Sigille, mit dem anderen Arcanum arbeiten möchtest, dann würde ich an diesem Tag trotzdem diese neun Tage nicht unterbrechen und dann dieses zusätzliche Spezial-Arcanum einsetzen. Und ansonsten, und das wird gleich in der zweiten Frage dann nochmal angesprochen, ist es aber eine gute Idee, gerade am Anfang erstmal sich auf eine Energie zu konzentrieren. Später, und das ist schon ein fortgeschrittenes Thema, kannst du auch bestimmte Kräfte miteinander kombinieren. Also ganz bewusst sagen, ich benutze mehrere in einer Kombination, die ich über den Tag zu bestimmten Zeiten verteilt einsetze. Aber da sind wir wirklich in einer deutlich erweiterten, speziellen Form der Anwendung. Also ich will dieses Thema auch nur erwähnen, weil natürlich die Frage auftaucht, ja wie kann ich denn überhaupt diese Klänge miteinander kombinieren möglicherweise. Ja, und das ist möglich, aber gerade am Anfang möchte ich dir deutlich empfehlen, die Klänge und die jeweiligen Arcaner, Arcaner ist übrigens Plural von Arcanum, getrennt voneinander, zumindest zeitlich getrennt voneinander zu verwenden. Das also als Antwort auf die Frage. Und er hatte hier ja noch nachgefragt, ehrlich gesagt möchte ich mit dem Schutz nicht 90 Tage warten. Ja, und das verstehe ich gut. Wie gesagt, es gibt manchmal bestimmte Themen. Wir empfehlen ja ohnehin auch nicht mehr, als mit maximal drei dieser Arcaner zu starten. Und eigentlich solltest du ein primäres Thema heraussuchen und sagen, so das ist mein Thema, das möchte ich in eine Heilung bringen, in dem Sinne, dass es momentan vielleicht blockiert ist, dass ich in diesem Bereich irgendwo das Gefühl habe, dass dort etwas nicht in Balance ist, dass da irgendetwas fehlt, dass da möglicherweise einfach etwas zu tun ist. Und dann würde ich mir dieses Hauptthema heraussuchen und dann mit diesem Hauptthema arbeiten. Und dann gibt es vielleicht für bestimmte Situationen auch Speziallösungen, die ich dann wie ein Spezialwerkzeug herausziehe. Wenn du diese 90 Tage allerdings abgeschlossen hast, um das auch noch zu sagen, dann ist es eine gute Idee, fortzufahren mit einem weiteren Thema. Vielleicht auch sogar dem Thema, das sich dann thematisch anschließt. Also bestimmte Themen haben ja miteinander eine Beziehung und setzen unter Umständen eben auch die Bearbeitung eines anderen Themas erst einmal voraus. Jedenfalls in den Fällen, in denen das vorangegangene Thema blockiert ist. Ich hatte mir vorgenommen, hier ganz einfache Antworten zu geben, aber ich glaube, dass das wird am Anfang nicht so richtig funktionieren, weil das so ein komplexes Thema ist. Und ich habe ja zu diesem gesamten Themenkomplex, zu dem Thema des Sigillenkraftklank-Arkanum noch gar kein Video aufgenommen. Und das ist natürlich auch ein Fehler. Es gibt eine Anleitung, es gibt für diejenigen, die tatsächlich einsteigen in die Praxis und die ist sehr ausführlich, aber für diejenigen, die sich erst einmal interessieren, gibt es was zu lesen auf der entsprechenden Webseite. Aber ich möchte unbedingt ein Video machen, in dem ich den Hintergrund ausführlicher erkläre, die Zusammenhänge erkläre. Und das kommt auf jeden Fall, aber im Moment muss ich eben damit rechnen, dass alles, was in diesem Video vielleicht mal erklärt werden wird, nachgefragt wird. Und das ist auch gar nicht schlecht, denn auf diese Art und Weise lerne ich auch dazu, was in dieses Video hineingehört. So, das war also die Antwort auf die erste Frage. Und die zweite, ich habe schon gesagt, die ist sehr ähnlich. Hier fragt der Anwender. Mich würde interessieren, wie ich verschiedene Sigillen in Verbindung mit dem Kraftklank-Arkanum am besten anwende. Ganz speziell ist es für die bestmögliche magische Wirkung der einzelnen Kraftklank-Arkaner Besser, diese im Laufe des Tages einzeln zu sprechen, mit einem gewissen Abstand dazwischen. Oder kann ich diese auch morgens direkt hintereinander chanten? Das ist im Grunde genommen auch beantwortet worden durch das, was ich zuvor gesagt habe. Ja, ich würde hier einen entsprechenden Abstand halten, auch um diese Energien erspüren zu können. Und es gibt bestimmte Energien, die sehr gut miteinander harmonisieren und die man sehr gut verbinden kann. Aber es wird auch bei künftigen Themen möglicherweise auch Spezialthemen geben, die müssen für sich alleine stehen. Vielleicht sogar an diesem Tag für sich alleine stehen. Aber das ist auch etwas, das man selber für sich ein Stück weit auch herausfinden muss. Ja, wir sind eben nicht alle gleich und der eine oder andere kann sehr gut mit starken Energien umgehen. Im Gegenteil, der mag das und ein anderer sagt, ich mag es gern sanft und mir reicht ein leichter Impuls. Und da kommt auf diese Art auch genau das richtig in Bewegung, so wie ich das brauche, auf meine Art und Weise. Und da ist nicht das eine besser als das andere oder schlechter als das andere, sondern das muss erfahren werden. Ich gebe dir einfach meine Informationen weiter, so wie ich damit umgehe und wie ich es aus der Sicht desjenigen, der ja dieses Konzept entwickelt hat, verstehe. Und wie ich es im Grunde genommen eben auch erfahren habe. Ja, und da würde ich dir also tatsächlich dazu raten, hier einen zeitlichen Abstand dazwischen zu lassen. Und auch wenn es natürlich, und das ist die Ausnahme für die Regel, vielleicht bestimmte Situationen gibt, in denen du ganz bewusst die Dinge auch miteinander mal verknüpfen willst und austesten möchtest. Ein Problem ist das nicht. Aber wenn du einsteigst in diese Thematik, da ist es wichtig, dass du erstmal die Energien auch in ihrer unterschiedlichen Qualität erspüren lernst. Denn das hilft dir später auch, alleine dadurch, wenn du diese Gille bei dir trägst, hast du auch eine Resonanz zu dieser Energie. Und wenn du die Energie kennenlernst, wenn du weißt, wie sie dich anfühlt, dann kannst du viel mehr mit ihr anfangen. Ja, und das ist am Anfang enorm wichtig und da kann man sich sehr stark verzetteln. Ich will dir da noch ein Beispiel sagen. Als ich angefangen habe, vor vielen, wirklich sehr, sehr vielen Jahren mit dem Räuchern, da habe ich mir am Anfang einfach auch auferlegt, einzelne Räucherstoffe zu verwenden. Man kann wunderbar Mischungen verwenden und die sind auch bisweilen wirklich dadurch noch potenter, weil die Summe eben etwas Zusätzliches an Energie mit erzeugt. Und trotzdem am Anfang ist es wichtig, dass man die einzelnen Energien kennenlernt, dass man die erst einmal für sich erspürt und dass man ihre Qualität sozusagen ganz klar und ganz rein erfährt. Und das gilt hier auch genauso für das Sigillen-Kraftklang-Akanum. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass mich mit meiner Antwort ein Stück weit zur Erklärung habe beitragen können. Diejenigen, die noch Fragen haben, die können gerne das Formular verwenden. Ich freue mich natürlich auch sehr über Rückmeldungen. Und wenn du erlaubst beispielsweise, dass eine Rückmeldung auch anonym geteilt werden darf, dann freue ich mich, wenn du mir das vielleicht auch mitteilst. Und das passt dann zwar nicht in diese Playlist, aber vielleicht machen wir da eine eigenständige zu diesem Thema. Denn Erfahrungen, die mitgeteilt werden, die können wir natürlich auch aufgreifen und können dann anhand der Erfahrungen möglicherweise auch über etwas sprechen, das sich aus dieser Erfahrung heraus präsentiert. Etwas, das ich interpretieren kann, zu dem ich was sagen kann. Und es gibt ganz sicherlich bestimmte sehr typische Erfahrungen, über die wir sprechen könnten und die natürlich auch anderen helfen, die vielleicht auch so eine Erfahrung machen, um dann eine starke Unterstützung dadurch zu erfahren, dass es anderen auch so geht. Und also das wäre auch noch eine Idee. Also wenn du magst. Momentan ist ja alles noch ganz, ganz frisch. Und von daher bitte ich auch um Nachsicht, dass dieses Video wieder einmal viel länger geworden ist, als ich mir das so vorgestellt habe. In diesem Sinne, alles Liebe. Namaste und Namaskar. thema. 這邊 – цe höre. shortcut Endeור. Was Gelb. Diehre. Transics. Diehre. Bei dir. Zeit. DunРИ میuer. Bex. Von debe ash Someone weiß. Moment. Misery. Bex. Tuesday. Verzäch.